Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, wir sind gerade live mit Revenge, könnt ihr gerne auf Youtube abschicken, auf jeden Fall, ich habe die Lösung für den Battlestern aus dem Ladebildschirm, die Überreste, auf jeden Fall dafür müsste ich hier in der Nähe von Paradise Prime etwas nördlich hier bei dem Eisladen hier von Softies landen und hier dann reingehen, und neben dieser Cola Maschine oder Eismaschine, was weiß ich, ich glaube das ist eine Eismaschine oder so, aber auf jeden Fall genau hier, auf jeden Fall könnt ihr den Battlestern einsammeln und dann habt ihr auch eine Stufe mehr, ich hoffe ich konnte euch helfen, wenn ja, dass man ein Like, der Abo und Glocke nicht vergessen, checkt gerne Revenge auf Youtube ab, ansonsten sind wir noch live, könnt ihr auch gerne abchecken, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.